Aus einem Brief von Heinrich von Kleist an Wilhelmine von Zenge vom 3. September 1800 Mein Auge wich nicht vom Monde. Ich dachte an dich und suchte den Punkt im Monde, auf welchem vielleicht dein Auge ruhte und maß in Gedanken den Winkel, den unsere Blicke im Monde machten und träumte mich zurück auf der Linie deines Blickes, um so dich zu finden, bis ich dich endlich wieder im Traume fand.